Deutschland legalisiert. Erst die gute Nachricht und dann die vielen leider sehr schlechten Nachrichten. Das Bundeskabinett hat heute den Entwurf des Cannabis-Gesetzes beschlossen. Der Besitz von bis zu 25 Gramm wird legal. Erwachsene dürfen 25 Gramm besitzen. Marihuana, Haschisch, andere Pflanzenteile, alles bis zu 25 Gramm erlaubt. So weit, so gut. Aber wie kommt man denn dann an Gras? In Coffeeshops, in Apotheken, in Fachgeschäften? Nein, eigentlich kommt man gar nicht dran, ohne sich strafbar zu machen. Und jetzt die ganz schlechte Nachricht für alle von euch, die vielleicht nur alle paar Wochen oder alle paar Monate mal konsumieren, ihr könnt es komplett vergessen, ohne euch strafbar zu machen. Es gibt nur genau zwei legale Möglichkeiten für den Erwerb. Entweder du baust selber an oder du wirst Mitglied in einer Anbauvereinigung. Beides sehr schwierig möglich. Der private Anbau wurde durch diesen Gesetzentwurf zerstört. Im Gesetzentwurf steht drin, du darfst 25 Gramm besitzen plus drei lebende Pflanzen. Das ist schon eine kleine Verbesserung zum letzten Entwurf, aber drei lebende Pflanzen. Drei Pflanzen, wenn du anbaust, werfen deutlich mehr ab als 25 Gramm. Das heißt, wenn du drei Pflanzen im Keller stehen hast mit 150 Gramm Blütenmaterial dran, sobald du die 150 Gramm erntest, machst du dich strafbar. Wenn du 50 Gramm erntest, weil die 50 Gramm getrocknet 25 Gramm werden, machst du dich strafbar. Wenn du in den Urlaub fährst, die Pflanzen sterben und du kommst nach Hause und hast drei tote Pflanzen im Keller mit 150 Gramm, machst du dich strafbar. Es wird so nicht funktionieren, wie der Anbau aktuell im Gesetz geregelt ist. Es ist unmöglich. Na gut, als Gelegenheitskonsument wolltest du eh nicht unbedingt selber anbauen, weil es zu viel Arbeit ist und dann auch irgendwie deine Nachbarn und Bekannten mitbekommen. Gehst du eben zu so einer Anbauvereinigung, dort kann man ja kaufen. Denkst du? Es ist nämlich so, wie in Zukunft ein Gelegenheitskonsument konsumieren soll. Gar nicht. Im Beispiel, du denkst dir, es ist Freitagnachmittag und heute Abend würde ich gerne mal einen rauchen. Nach Jahren das erste Mal wieder. Dann gehst du zu so einer Anbauvereinigung. Legal erwerben kannst du dort nur, wenn du Mitglied bist. Okay, dann wirst du eben Mitglied. Du musst aber Mitglied werden für drei Monate. Ja gut, dann wirst du eben Mitglied für drei Monate. Kannst ja danach wieder austreten. Dann möchtest du gerne kaufen. Du kannst nicht kaufen. Du kannst in deinem Anbauverein nicht kaufen, sondern du hast immer eine Pauschale, quasi eine Flatrate. Das heißt, du wirst Mitglied und dann gibt es verschiedene Pauschalebenen und dann kriegst du pro Pauschale über eine gewisse Zeit eine gewisse Menge. Das heißt, du musst dich immer verpflichten für einen längeren Zeitraum und kriegst dann wahrscheinlich viel, viel mehr, als du eigentlich wolltest. Du wolltest vielleicht nur zwei Züge an einem halben Joint. Geht nicht. Du musst dich verpflichten. Schlimmer, als die CSU sich beim härtesten Dealer vorstellt, musst du dich über Monate verpflichten und wirst abhängig vom Anbauverein. Okay, kein Anbau, keine Vereinsmitgliedschaft. Dann denkst du eben an deinen alten Bekannten X. Den wolltest du eh mal wieder treffen. Dann rauchst du eben gemeinsam mit dem in dessen Wohnung. Im letzten Entwurf stand doch drin, dass der gemeinschaftliche Konsum legal ist. Wenn jemand selber anbaut, dann kann der mit seinen Freunden in seiner Wohnung legal konsumieren. Ja, entspannt, endlich. Nein, die Abgabe zum gemeinschaftlichen Konsum ist raus aus dem Entwurf. Das heißt, wenn dein Kumpel anbaut und hat die 25 Gramm zu Hause und du bist bei dem zu Gast, dann darfst du bei dem nicht einmal am Joint ziehen, sonst macht er sich strafbar. Okay, Gesetzgeber, du wolltest das nicht anders, denkst du dir und gehst raus, kaufst dir 2 Gramm beim Dealer und setzt dich entnervt in den Park, baust dir ein Joint und rauchst den. Weil du dir denkst, okay, scheiß drauf, du hast das nicht anders gewollt. Wenigstens ein gutes hat die Legalisierung. Mich kann jetzt die Polizei nicht auseinandernehmen, nur weil ich hier ein Joint rauche. Weil der Besitz ist ja völlig legal und die können mir ja nie und nimmer nachweisen, wo ich es herhabe. Denkst du, dein Problem hier ist nämlich das Konsumverbot. Es gibt weitlaufende Konsumverbote. In 200 Metern Umkreis von Schulen, Kinderspielplätzen, Kinder- und Jugendeinrichtungen und 200 Meter Umkreis um Anbauvereinigungen ist der Konsum illegal. Genauso wie in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr. Wenn du in einer großen Stadt wohnst, München, Hamburg, Berlin, Stuttgart, wird es wahrscheinlich schwierig, weil weißt du, wo alle Schulen, Kinderspielplätze und Kinder- und Jugendeinrichtungen sind? Da wird es wahrscheinlich eng, wenn du überall 200 Meter Abstand halten musst. Aber auch in kleinen Städten ist es so, die Anbauvereine dürfen ja keine Werbung machen. Da gibt es keine Leuchtreklame, Anbauverein, Paderborn. Du weißt nicht, wo die Anbauvereine sind, musst aber trotzdem 200 Meter Abstand halten zu den Anbauvereinen. Das heißt, auch der legale Konsum in der Öffentlichkeit dürfte vergleichsweise schwierig werden. Und wann kommt das Ganze jetzt auf die deutsche Bevölkerung zu? Der Gesetzentwurf wurde jetzt vom Kabinett beschlossen. Das heißt, der wird voraussichtlich Mitte September im Bundestag beraten. Und dann, wenn alles nach Plan läuft, wir hoffen, dass der Entwurf noch mehrmals geändert wird, aber wenn alles nach Plan läuft, ist angepeilt der 1.1.2024, dass das Ganze in Kraft tritt.